Ein massives Problem aktuell im Markt ist, dass sehr, sehr viele Makler, Immobilienunternehmer denken, sie können ihre Objekte noch immer über Portale verkaufen, über Immo-Scout, Immo-Welt und Co. Das ist ein kompletter Trugschluss, warum das heute nicht mehr so gut funktioniert und warum es ganz viele bessere, andere Wege gibt, wie du dein Objektbestand heute mit wirklich solventen Käufern verkauft bekommst. Darum geht es in der heutigen Episode. Das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Real Estate Real Marketing. Und ja, heute dreht sich mal alles um, die Käuferakquise, die Solvente-Käuferakquise. Die hat sich nämlich verändert, die ist natürlich nicht mehr so, wie das vielleicht letztes Jahr schon noch der Fall war. Ja, die letzten Jahre war das heiße Thema Eigentümerakquise, wie komme ich an neue Eigentümer, die verkaufen können. Jetzt natürlich seit der Zinserhöhung heißes Thema, sehr, sehr spannend, wie komme ich an Solvente-Käufer. Und wir führen ja hier tagtäglich etliche Gespräche, ich meine, wir sind ja ganz klar auf diese Branche spezialisiert. Und es kommt immer die gleiche Aussage. Ja, Harald, wir brauchen neue Käufer. Ich so, ja, wie macht ihr das denn? Ja, wir machen das über Portale. Es fallen immer wieder die Portale. Dann kommt von mir natürlich gleich so das Thema, ja, wie wäre es denn mit Alternativen? Wieso probierst du es mal nicht über Social Media, über andere Wege, andere Netzwerke? Kommt zu 99 Prozent die gleiche Aussage. Nein, das funktioniert nicht. Es geht nur über die Portale. Und wenn es über die Portale nicht funktioniert, dann am Ende des Tages gibt es keine andere Option. Der Markt ist tot und es wird kein Geld verdient. Ja, und das ist ein riesiges Problem, weil einfach so viele Immobilienmakler ein riesiges Mindset-Thema haben. Also, natürlich hat es früher funktioniert, über Portale Objekte zu verkaufen. Aber überleg dir doch mal, warum das heute so schleppend ist. Es gibt ein massives Überangebot an Objekten auf dem Markt. Viele Neubauprojekte, wie viele Bestandsobjekte, ja, werden überschwemmt. Also, diese Portale sind voll damit und jetzt versetz dich doch einfach mal an die Lage eines Käufers rein. Eines Käufers, der mit seiner Familie ein neues Eigenheim sucht. Oder eines Käufers, der das vielleicht als Kapitalanlage, als Investment sieht. Willst du dich da durch tausende von Inseraten auf diesen Portalen durchklicken, um irgendwie das Beste zu finden? Oder willst du das nicht vielleicht eher anders bekommen? Ist es nicht vielleicht besser oder schöner, Objekte, spannende Objekte über einen anderen Weg ihr vorgeschlagen zu bekommen, als sich da durchzuforsten? Weil das einfach, wie gesagt, massiv nervend ist, für jede Person, die kaufen möchte, sich da irgendwie durchzuklicken. Und, wie gesagt, natürlich glaubst du aktuell noch, dass das einfach noch funktioniert, weil es früher so der Fall war. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Dinge auch aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass man sich, und das sage ich immer so ein bisschen, wie so ein Chamäleon an die Zeit einfach anpassen muss. Also, wenn Dinge einfach heute anders laufen, und mit anders laufen meine ich, dass natürlich die Digitalisierung und Social Media und Online Marketing immer viel größer wird, dann musst du einfach auch dich und dein Unternehmen weiterentwickeln. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du wie Nokia teilweise vom Markt verschwinden. Dann wirst du wie andere Immobilienketten, die es vielleicht heute gar nicht mehr gibt, vom Markt verschwinden, weil du dich einfach nicht an die Zeit angepasst hast. Und warum ist es denn so, dass so viele PropTechs und neue Immobilienstartups, wir so schnell aus dem Boden schießen, einfach weil sie Digitalisierung nutzen, weil sie Online Marketing nutzen. Und dieses Online Marketing, dieses Digitalisieren, das ist nicht, dass du dich den ganzen Tag nur von Portalen abhängig machst. Dass du davon abhängig bist, dass ein Portal funktioniert, um Umsatz zu machen. Das musst du dir mal vorstellen, wie irre das ja eigentlich ist. Und du musst am Ende des Tages mit deinem Unternehmen Umsatz machen. Du musst Geld verdienen. Du musst ganz klar deine Kosten bezahlen. Das ist Fakt. Ansonsten wirst du nicht existieren. Und jetzt lastest du die gesamte Verantwortung deines Unternehmens auf den Schultern von ein paar Portalen. Von ImmoScout, von ImmoWelt und Co. Ich sage damit nicht, dass es nicht funktioniert. Und ich sage damit auch nicht, dass man es gar nicht machen sollte. Aber ich sage damit, dass es extrem risikobehaftet ist, sich eben wirklich nur auf eine Sache zu fokussieren. Sich nur auf das zu verlassen. Weil es wäre doch viel, viel schöner, wenn du davon unabhängig bist. Wenn mal ein ImmoScout den Serverausfall hat. Stell dir vor, ImmoScout ist mal ein, zwei Tage nicht erreichbar. Bedeutet das ja aktuell für dich, dass du ein, zwei Tage 0,0 Euro Umsatz machst. So, wie kannst du das verhindern? Indem du deine eigene Pipeline aufbauenst. Indem du schaust, dass du deine Objekte an Käufer vermittelt, die sich bei dir melden. Und nicht über Umwege, nicht über Portale, sondern auf dich ganz bewusst zukommen. Und das ist möglich. Das ist viel profitabler. Das ist teilweise viel kostengünstiger, als das Portale sind. Und du hast einen mega Nebeneffekt. Nämlich dein Branding, dein Unternehmen, dein Name wird massiv sichtbar. Und da gibt es ein Zauberwort, ein Zauberweg, wie das geht. Und das nennt sich einfach Social Media Marketing, Online Marketing. Und wie das genau funktioniert, da wollen wir noch ein bisschen jetzt einsteigen. Absolut, jetzt kommt aber schon, ich höre schon so die Aussagen, die Einwände. Oh, Social Media Marketing, das ist extrem teuer, das kostet extrem viel Geld, kann ich nicht machen. Ihr lügt euch selbst ins Gesicht. Ich meine, ich habe erst heute Morgen ein Telefonat gehabt mit einem Makler. Ich habe gesagt, hey, wie akquirierst du denn aktuell? Ja, ich mache hier viel über ImmoScout und noch andere Portale. So, okay. Und was zahlst du hier im Schnitt? Da waren wir bei einem mittleren fünfstelligen Betrag gewesen, weil es ein recht großes Unternehmen ist. Wenn es jetzt kleinere Unternehmen sind, sind dann schnell 4, 5, 6, 7.000 Euro zusammen oder auch 10.000 Euro. Und das ist ja ein Budget, das reicht ja bei weitem, sage ich mal, für den klassischen Makler, um hier online voll durchzustarten. Das ist ein riesen, riesen Thema, diese Abhängigkeit. Aber der Großteil der Makler, die sich ja als unabhängig verkaufen nach außen, sind komplett abhängig. Weil am Ende des Tages gibt ImmoScout vor, wie gut das Geschäftsmodell funktioniert und wie viel ich verdiene. Und jetzt kommt das riesen Problem, was wir aktuell haben. Wir haben ein neues Zeitalter. Der Markt hat sich gewandelt. Ich als Käufer, ich habe ja die Auswahl. Ich muss nicht mehr darum betteln, dass ich dieses Objekt kaufen kann. Ich weiß noch, es gibt auch so Geschichten. Früher in München hat man direkt angerufen, so nach dem Motto, ich zahle sogar 20.000 Euro mehr. Hauptsache, ich kriege das Haus oder die Wohnung. Das ist doch nicht mehr. Ich habe jetzt die Auswahl, ich kann es mir aussuchen. Deswegen müssen wir jetzt hervorstechen. Du als Makler, als Verkäufer musst hervorstechen. Und das geht nur über Social Media Marketing. Weil was hier der Clou ist, ich meine, wir haben in dem Podcast schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Du musst es einfach schaffen, wenn ich jetzt abends auf der Couch schaue und sage, hey, ich möchte gerade ein Investment kaufen. Ich möchte ein Mehrfamilienhaus. Ich möchte eine Wohnung für meine Tochter. Völlig egal. Insofern muss ich es schaffen, dass du als Verkäufer mir dein Objekt ausspielst, ohne dass ich proaktiv danach suche. Weil es reicht nicht mehr, dass ich hier mit dem Objekt ein Alleinstellungsmerkmal habe. Auf dein Objekt kommen wahrscheinlich noch fünf Referenzobjekte. Es geht hier nicht um die Penthouse-Wohnung. Es geht hier nicht um die Villa. Es geht um das klassische Objekt, was hier verkauft wird. Und das kriegen wir nur mit Social Media Marketing hin. Was wir hier ganz klar haben, das Ganze ist Omni-KI-basiert. Wir haben hier unsere Methode. Kann sich auch jeder gerne mal auf unserer Website anschauen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und das ist das neue Zeitalter. Und ich prophezeie es jetzt auch so, diese Plattformen wie ImmoScout & Co., auch sie müssen langfristig darauf zurückgreifen, über diese Wege Werbung zu machen, um hier marktstück zu bleiben. Richtig. Richtig. Und über Social Media Marketing macht man ja grundsätzlich nichts anderes. Also genauso, das Objekt wird in die Hand genommen, was du auch in deinem Bestand hast. Dieses Objekt wird online platziert. Das Objekt wird mit schönen Bildern, mit guten Texten, mit vielleicht einer eigenen kleinen Landingpage platziert. Das ist nicht aufwendig. Aber es wird eben platziert, es ist da. Und es wird eine relevante Person ausgestrahlt, worauf sich Leute melden. Das Gleiche fasst sie auch auf ImmoScout. Der Unterschied ist einfach nur der, dass bei ImmoScout ja der Name ImmoScout dabei steht, zum Beispiel, so das Portal an sich. Und wenn du selber Marketing machst, dein Name da steht. So. Und wie kann man sich das vielleicht ein bisschen vergleichen? Ich glaube, ein guter Vergleich ist so, wenn man jetzt mal sagt, man geht in den Supermarkt. Und wenn man in den Supermarkt geht, dann ist ja immer eines der ersten, sag ich mal, Regale oder eines der ersten Territorien in so einem Supermarkt, das Obst und Gemüse, die Obst- und Gemüse-Abteilung. So. Und du ertappst dich vielleicht selbst, wenn man sagt, du bist in der Obst-Abteilung und du möchtest gerne jetzt, Äpfel kaufen. Dann siehst du da in diesem Apfelkorb, weiß ich nicht, 50, 60 Äpfel. Und was passiert, was machst du? Du schaust dir diese Äpfel an und du schaust dir jeden Apfel einzeln an, du vergleichst die Äpfel. Deiner hat vielleicht da ein bisschen Delle, nimmst du nicht. Der andere ist da vielleicht schon ein bisschen braun, nimmst du nicht. Der andere hat eine komische Form, nimmst du nicht. Und der nächste, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen so klein, nimmst du nicht. Und irgendwann wühlst du dich dadurch ein bisschen durch und hast irgendwann den perfekten Apfel gefunden, den du jetzt in deinen Einkaufswagen legst und nimmst. So, das ist das exakt gleiche dazu, wenn du jetzt online hast, du bist ein Käufer und du suchst jetzt keine Äpfel, sondern du suchst auf Immo-Scout, auf irgendeinem Portal ein neues Einfamilienhaus für dich für deine Familie. Dann machst du das ganz genauso. Du vergleichst einfach nur, das ist besser, das ist besser und das gefällt mir ein Stückchen besser und das gefällt mir ein Stückchen besser. Was schaust du dir aber an? Du schaust dir ganz, ganz häufig ja diese Negativseiten an. Du schaust dir, okay, was gefällt mir daran nicht? Das heißt, dein Fokus liegt vielleicht gar nicht darauf, was wirklich das richtig tolle Positive ist. Es gibt da vielleicht Objekte, die an den Vorteilen überwiegen, aber bei dir sticht immer nur das Negative erstmal ins Auge und deswegen sortierst du aus. Und irgendwann vielleicht was zu finden oder vielleicht auch gar nichts zu finden, auch das kann sein. So, jetzt stell dir aber mal vor, und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Einkaufsmetapher im Obstregal. Aber dieser Apfel würde da jetzt nicht mit ganz vielen anderen Äpfeln liegen, sondern du würdest jetzt, du betrittst den Laden und es gibt einen einzelnen Aufsteller und da liegt nur ein einzelner Apfel. Das ist der goldene Apfel und dieser goldene Apfel ist noch ein bisschen teurer und ist ganz special mit Lichtern und mit schönen Farben platziert. Und alle wollen diesen Apfel, der ist in so einer Glaskuppel, man kommt nicht gleich ran, aber man kann jetzt beispielsweise einen Mitarbeiter aus dem Supermarkt rufen und dann wird diese Glaskuppel geöffnet und man nimmt diesen Apfel raus. Wenn man das vielleicht vom Alkoholregal zum Beispiel kennt, genau so ungefähr ist das auch. Und dann hat man diesen Apfel. Und dann ist es völlig egal, ob der Apfel vielleicht ein bisschen beschädigt ist, du willst diesen geilen Apfel haben. Und genau das gleiche ist es im Social Media Marketing auch. Da wirst du einfach nicht mehr verglichen, sondern dein Objekt wird ganz speziell und nur dein Objekt dem potenziellen Käufer präsentiert. So, und dann baut sich automatisch eine Art Exklusivität auf. Okay, ich sehe jetzt in diesem Moment, jetzt am Abend sitze ich auf dem Sofa, ich sehe jetzt die Werbeanzeige von diesem Objekt. Finde ich echt richtig gut, aber wenn ich jetzt weiter scroll weggehe, ist es vielleicht nicht mehr da. Okay, was steht da? Okay, Interessentenliste, man kann sich darauf eintragen, man kann Exposé anfordern. Tolle Bilder, gefällt mir sehr gut. Ja, ich trage mich jetzt da mal ein und hole mir mehr Daten zum Objekt. So, du willst da nicht wegscrollen, du willst dann auch nicht wegklicken, du willst auch da nicht vergleichen. Du willst dann dieses Momentum erfassen und unbedingt dieses Objekt dann auch bekommen. Und genau darum geht es. Es geht um Exklusivität, es geht um Herausstechen und das schaffst du nicht, wenn du auf einer Börse bist, wo 100 andere Objekte angeboten werden. Das schaffst du nur dann, wenn das exklusiver, spezieller, einzeln dargestellt ist und das ist mit Social Media Marketing und Online Marketing wunderbar möglich. Und deswegen musst du, wenn du passende Käufer anziehen möchtest, deine Objekte über dieser Kanäle auch platzieren. Definitiv und für mich noch einer der größten Benefits an der ganzen Geschichte ist einfach der Vorverkauf startet schon. Dadurch, dass wir hier diese Personschaft, diese emotionale Reise mitnehmen, fängt er schon an zu überlegen, okay, ich fahre jetzt bei mir durch meine Stadt zum Beispiel, sehe jetzt hier ein Stadtmittenhaus beispielsweise, ein Einfamilienhaus. Und er schaut sich das immer wieder an, hat die Werbung gesehen, überlegt sich schon, hey, wie ist das, wenn ich mit meinen Kindern lebe, mit meinen Haustieren und so weiter und so fort. Man kennt das Szenario auch mit Autos. Alle haben gesagt, Autos kann man über Social Media nicht verkaufen. Funktioniert wunderbar. Ich bin auf der Suche, mir wird jetzt beispielsweise Mercedes angezeigt. Und sobald ich durch die Stadt fahre, dann sehe ich da ein Mercedes, sehe da genau das Modell und fange an zu überlegen. Mensch, den will ich haben, dieser Sogeffekt, den will ich ja haben. Und das toppt jede Börse, weil in der Börse vergleiche ich Zahlen, Daten, Fakten und das war es. Aber wenn ich hierüber jetzt einen Käufer bekomme, habe ich am Ende des Tages den Verkauf schon fast gestartet. Es sei denn, klar, Bonität passt nicht, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber grundlegend dieses Interesse ist da und deswegen muss man Social Media Marketing betreiben, gerne die Portale beiläufig auch haben, einfach als zweites, drittes Standbein. Aber man muss jetzt auf diesen Zug aufspringen und das Ganze mitnehmen am Ende des Tages. Ganz genau so ist es. Und wer es nicht macht, der wird massive Einbrüche haben im Umsatz, in den Wettbewerbsportalen und den Marktanteilen, weil es werden Konkurrenten machen. Das heißt, geh den ersten Schritt, fang damit an. Wenn es schon Leute in deiner Region machen, ist das beste Zeichen für dich, dass es funktioniert und dass du es machen musst. Wenn es noch keine Person in deiner Region machen, dann sei schnell, weil irgendwann werden es Leute machen. Das heißt, melde dich mal ganz gerne, nimm die Abkürzung schneider-marketing.com. Da kannst du dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch melden und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und können uns mal deine Objekte anschauen, können schauen, wie man die richtig platziert und dir auch dann ein passendes Angebot machen. So sieht es aus, wir freuen uns. Bis bald. Bis dahin.